Viert Geflogene ist dieses Mal Nicole Mieth. Sie ist raus aus dem Dschungelcamp. Mich wundert es, dass sie nicht als Erste gegangen ist. Eine pure Langeweile. Sie fand ja eigentlich so gut wie gar nicht statt. Und ja, bloß gut, dass die raus ist. Sind länger andere drin, die Stress schieben können. Hanka war ja schockiert, dass nicht Hanni gehen musste. Was uns hoffentlich morgen wieder ordentlich, ordentlich Zoff bescheren wird. Ja, aber die Gina-Lisa brach in Tränen aus wegen der Nicole. Sie ist sozusagen wohl ihr Tröstepol gewesen, sag ich jetzt mal. Und da brach dann die Gina-Lisa zusammen. Ich meine, sie hat es ja schon davor so schwer gehabt. Der Hanni hat sie so schwer hintergangen. Und dann wird sie noch vom Wes und der Hanka behetzt, dass sie den hassen muss und so weiter und so fort. Ja, da flossen dann halt Tränen. Aber Nicole, wer war das, wer ist das? Ich hab die gar nicht mitgekriegt. Ich hab die gar nicht mitgekriegt. Untertitelung des ZDF, 2020